Hallo, Hallo Katze! Das ist unsere Katze, Tiger, unser kleiner Stubentiger, ganz lieb ist er. Er kalt mir gerade an die Beine. Ja, um die Katze soll es aber eigentlich nicht gehen. Und wenn ihr sagt, bei uns ist es unordentlich. Ja, bei uns ist es unordentlich. Aber das ist auch nicht wirklich unsere Wohnung, das ist mehr so unser Dachboden. Auf den gehe ich jetzt mal hoch. Heute sind 38 Grad, draußen sind 38 Grad, hier ist entsprechend wärmer. So, das ist mein kleines Zimmerchen hier, auf dem Dachboden. Also eigentlich auch Dachboden. Das war früher mal so ein Schlafzimmer. Aber jetzt ist es eigentlich, ja jetzt ist es mehr so mein Lagerraum. Und ihr seht schon, hier sind meine ganzen... Oh, Tiger ist mitgekommen. Hier sind meine ganzen Nintendo-Sammlerstücke. Ah, hier ist Stadium Events übrigens. Es sind noch mehr, hier sind noch... Hier ist auch alles voll. Alter Gameboy, altes Linkkabel für ein Game Gear. Die Game Gear habe ich unten, weil die benutze ich noch. Im Prinzip benutze ich das alles, naja, zumindest ab und zu noch. Ähm... Naja, die Sachen habe ich hier reingetan, ganz einfach, damit es nicht so einstaubt. Oh, hier habe ich eine schöne Sache. Ja. Äh... Oh ja, ja, ja. Nicht, dass der Gameboy runterfällt. Äh... Haha, das ist... Das ist eine schöne Sache zum zeigen. Civilization 2. Oh... Ah ja, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ähm... Hier ist auch Civilization 1. Ah, da komme ich jetzt schlecht dran. Äh... Ah ja, hier ist übrigens Tetris. Original verpackt. Ähm... Ja, und hier ist Civilization 1. Die Originalversion. Äh... Ich glaube, was ist... Was ist das jetzt für eine Version? Ich glaube, ich hatte eine Version für IBM. Und... Katze, was ist denn... Katze, ich mache gerade ein Video. Geht gerade nicht. Ähm... Es gab eine Version für... Also eine... Ich habe sogar eine Version für IBM. Und eine Version, ich weiß nicht, ist das für... Amiga nicht. Ich komme jetzt schlecht dran, aber... Egal. Auf jeden Fall die alte Diskettenversion von Civilization 1 mit der ursprünglichen Box. Ich führe es jetzt doch mal raus. Ja, ich komme ran. Ha, das ist nämlich eine wunderschöne Box. Ähm... Was haben wir hier? Ach doch, das müsste auch die... Die IBM-Version sein. Ja... Erforderlich. 4 Megabyte RAM. Ähm... Ne, Moment mal. System 6.0. Siebener höher. Äh... Ist das die Amiga... System 5... Ach, das ist die... Ah! Das ist die Mac-Version! Ah, okay. Ähm... Die Mac-Version. Können Sie mal angucken. Äh... Aufmachen. Ja, ein... Ein kleines Unboxen. Ah, hier ist übrigens eine alte Platte von Heino. Äh... Damals hat er noch keine Sonnenbrille getragen. Hier auch. Ja... Heino ohne Sonnenbrille. Ähm... Ja, äh... Diese Sachen kamen noch original mit dem Zimmer. Ähm... Ähm... Mit dem Kochbuch, ja. Ähm... In den... Äh... Das Kochbuch aus den 30er Jahren aus den... Beziehungsweise, sagen wir mal, das Kochbuch aus dem Dritten Reich hat ganz viele Farbfotos. Und das Kochbuch aus der DDR. Ich habe auch ein Kochbuch aus der DDR. Aber das sind alle Fotos schwarz-weiß. Äh... Ja... Ähm... Ach, wie schwierig aufzukriegen hier mit einer Hand. Ach, jetzt ist mir das auch noch runtergefallen. Ähm... Moment, ich muss es mal kurz ablegen. Äh... So... Und man sieht, die Achter, das sind hier... Ja, 1, 2, 3, 4 Disketten. Und ich merke, ich habe hier, zumindest in dieser Version, habe ich leider das Handbuch nicht. Falls noch jemand ein Handbuch von Civilization 1 sah, ich wäre sehr interessiert. Ähm... Ja, aber jetzt gucken wir mal die restlichen Spiele an. Äh... Hier übrigens auch... Ja, ihr merkt, ich bin ein Heino-Fan. Ähm... Heino-Autobiographie. Mit Originalautogramm. Äh... Das war allerdings nicht im Zimmer. Das habe ich später auf Ebay dazu gekauft. Äh... So... Dann wollen wir mal die anderen Sachen. Das habe ich hier ein bisschen zugepackt, damit es nicht von der Sonne vergilbt. Ja, weil das sind hier meine... Meine... Meine Schätze. Ja, es gibt hier quasi... Ähm... Also bei den Computerspielen ist es ja quasi so... Ähm... Da gibt es ja Stadium-Events. Und ja, das ist so... Ja, von... Sag ich mal... Ähm... Äh... Das hat halt einen sehr hohen Sammlerwert. Aber diese Sachen, wo ich jetzt hier zeige, die haben mehr so einen persönlichen Wert für mich. Ja? Die haben nicht unbedingt einen so hohen Sammlerwert, aber die bedeuten einfach was für mich. Ja? Vielleicht, weil ich sie als Kind gespielt habe oder weil es auch einfach gute Spiele sind. Ja? Gut, das hier ist jetzt nicht unbedingt so ein gutes Spiel. Äh... Aber das fand ich einfach interessant, weil das ist quasi die Ur... Die Ur... Die Ur-Version. Ja? Ja? Das ist... Glaubt oder nicht, aber das ist das, worauf Harry Potter basiert. Ja? Das kam lange, lange vor Harry Potter raus. Ja? Ja? Frühe 90er Jahre, bevor es Harry Potter gab. Ähm... Aber der Typ hier sieht nicht nur aus wie Harry Potter. Er heißt auch noch so ähnlich. Und vor allem die Geschichte ist wirklich eins zu eins identisch mit Harry Potter. Bis auf, dass das hier mehr so eine, ähm... Ja, eine Parodie von Harry Potter ist. Mit, äh... Ein paar leicht bekleideten Mädels dabei. Ja? Also quasi eine Harry Potter, äh... Parodie, bevor es Harry Potter gab. Die, die, ähm... Also die Gemeinsamkeiten zu Harry Potter sind wirklich erstaunlich, ja? Also... Vor allem die, die, die anfängliche Geschichte, wie er dann auf Hogwarts kommt, äh... Die, die, die Zauberer-Universum, ja? Äh, äh... Und so weiter. Das ist fast genau identisch mit Harry Potter, ja? Also... Äh... Die Harry Potter-Autorin hat da, glaube ich, etwas abgekupfert. So, aber... Ähm... Also das Spiel ist auf jeden Fall lustig, aber es ist noch nicht... Ich weiß nicht, ob ich es wirklich empfehlen kann, außer... Ihr mögt oder hasst Harry Potter. Ein Spiel, was ich hier empfehlen kann, ähm... Habe ich schon mal auf Englisch in meinem anderen Kanal darüber gesprochen. Tender Loving Care. Was eigentlich nicht wirklich ein Spiel ist. Und überhaupt, die Spiele, wo ich wirklich mag, ähm... Eigentlich... Das ist eine schwierige Sache bei mir. Eigentlich mag ich keine Computerspiele. Weil, äh... Ich ärgere mich, weil ich habe zu viele Computerspiele gespielt in meiner Kindheit. Und dadurch sehr viel Zeit verschwendet. Aber... Hier sind ein paar Spiele, wo eigentlich keine Spiele sind. Und wo ich wirklich guten Herzen empfehlen kann. Weil es sind keine Computerspiele. In dem Sinne. Und man braucht keine Angst haben, dass man damit zu viel Zeit verschwendet. Es sind mehr so wie, äh... Es sind einfach... Im Prinzip sind es gute Bücher, ja? Nicht wirklich Computerspiele. Und das ist hier auch bei Tender Loving Care. Ähm... Ja, heutzutage würde man vielleicht sagen, ja... Es ist eine Visual Novel. Es ist... Es ist... Ja, damals gab es noch nicht so wirklich Visual Novels. Zumindest nicht im Westen. Ähm... Daher, das ist ein Full-Motion-Videospiel. Ähm... Und da denkt man immer schlecht drüber, ja? Weil da gibt es wenig, äh... Entscheidungen zu treffen und so weiter. Normalerweise ist es so. Aber das hier... Ähm... Das ist wirklich... Also meiner Meinung nach eines der besten, äh... Äh... Full-Motion-Videos. Ähm... Und da kann man wirklich in die Handlung quasi mit eingreifen. Jetzt kommt hier schon wieder die Katze! Und stört mich! Naja, egal. Ähm... Also jedenfalls kann ich sehr empfehlen. Ja, mit John Hurt. Ähm... Sehr, äh... Psychologischer... Ja... Psychologischer Krimi quasi. Äh... Es gibt ganz, ganz viele Ausgänge. Ja, je nachdem. Und hier kommt der Knuller. Äh... Äh... Es ist ein sehr psychologisches Spiel. Und ihr bekommt in diesem Spiel psychologische Tests. Ist kein Witz. Und je nachdem, wie ihr diese psychologischen Tests, äh... Äh... Beantwortet, äh... Ähm... Nimmt dann die Geschichte entsprechend, äh... Ihren Verlauf. Also sehr interessantes Spiel. Sehr psychologisches Spiel. Und vor allem, äh... Das Spiel testet quasi einen auch selber. Und man kann vielleicht ein paar interessante Sachen über seine eigene Psyche lernen. Äh... So, hier El Matador. Das ist ein bisschen neueres Spiel. Eigentlich so neu, dass es schon, äh... Äh... Ja... So neu ist, dass ich es eigentlich nicht mehr sammle. Aber... Das hier fand ich sehr interessant. Ja, ich hab's nie gespielt. Werd's auch nie spielen, weil es ein Shooter ist. Und ich mag keine Shooters. Ähm... Aber... Ich fand das einfach so süß. Äh... Wenn man hier aufmacht. Ja... Das hab ich noch nie bei nem Computer. Das fand ich einfach toll. Deswegen halten. Ähm... So... Äh... Hier ist ein... So... Ein kleines Andenken. Äh... Ja... Computerspiel... Dazu gehöriger... Kette. Ähm... So... Jetzt hier aber... Mein wirklicher Schatz. Äh... In Folie eingepackt. Ja... Damit's auch nicht verstaubt. Ähm... Das ist auch wieder nicht wirklich ein Computerspiel. Das ist mehr... Äh... Äh... Ja... Ein Roman. Also wenn ihr nicht... Nicht gerne lest, dann kann ich dieses Spiel absolut nicht für euch empfehlen. Aber wenn ihr gerne lest, und wenn ihr zum Beispiel Bücher wie 1984, äh... Äh... Gerne gelesen habt... Dann kann ich euch dieses... Ja... Ja... Buch sag ich fast schon... Wärmstens ans Herz legen. Da muss ich nochmal ein bisschen auf die Seite. So... Äh... Sehr altes Spiel. Aus den frühen 80ern. Altes Infocom-Spiel. Ähm... Ähm... Und das ist... Das wirklich Tolle an dem Ding ist... 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 Ist eigentlich wirklich auch die Verpackung, die Aufmachung ist wirklich toll. Ich hab's leider... Bei mir ist leider nicht alles komplett. Aber trotzdem... Wenn ihr gleich hier... Gleich wenn ihr das aufmacht, ja... Das ist hier gleich wie so ein... Wie so ein... Wie so ein... Ja... Wie so ein... Heftaufgaben... Ja... Und guckt auf das Datum. Ja... April 2031. Ja... Hier... Ja... Also ein... Ein Magazin der Zukunft, ja... Weil es natürlich auch... Ähm... Äh... Also das... Das Spiel... Ähm... Spielt natürlich in der Zukunft. Ja... Wie gesagt, ein bisschen wie 1984. Ähm... Ja, und das ist im Prinzip, haha, das ist aufgemacht wie so ein Magazin der Zukunft, aber das ist auch, zumindest teilweise, gleichzeitig die Anleitung, ja, also sehr interessant aufgemacht, ja, hier mit so, mit richtiger, ja, Werbung der Zukunft, ja, Wirklichkeit sieht natürlich aus wie Werbung aus den 80er Jahren, aber, ja, so haben sich halt die Leute in den 80er Jahren die Werbung der Zukunft vorgestellt. Also wirklich sehr interessant, äh, so, ja, und jetzt sieht man hier schon, ja, es ist eigentlich immer noch das Magazin, aber boom, wird's, äh, äh, zur Bedienungsanleitung, ja, also sehr schön aufgemacht, ja, eine, eine Bedienungsanleitung in Form einer Zeitschrift der Zukunft, hier nochmal Werbung, ähm, ah ja, Joyboots, ja, wenn ihr das Spiel spielt, dann wisst ihr, was hier, was Joyboots sind, ja, das ist quasi das einzige Computerspiel, was ich über Computerspiele lustig mache. Ja, beziehungsweise auch die Gefahren, ja, Joyboots in dem, in der Geschichte sind, äh, äh, sind quasi diese, äh, haha, ja, also da geht mal rein und das ist quasi so Virtual Reality, ja, Katze kommt schon wieder, ne, und die, die Jugend verliert sich halt in dieser Virtual Reality und, ähm, verliert ihren Touch zur Realität. Katze, hallo, ähm, ja, Katze, Katze macht mit bei dem Video heute, ähm, so, wollen wir hier noch reingucken, was wir hier Schönes haben, äh, so, wie gesagt, ich hab's leider nicht komplett, sehr schwer mittlerweile zu bekommen, ist wirklich eines meiner liebsten Schätze. Katze, äh, hier auch wieder gemacht wie eine, ähm, wie so eine Karte, ja, und hier hinten gibt's auch Werbung, ja, das ist natürlich wieder keine echte Werbung, sondern das sind alles so Firmen, die quasi in der Geschichte vorkommen, ähm, sehr, und hier hat man den, den, den Stadtplan. Und hier hat man den, den Stadtplan.